Hallo Leute, die ich ja noch gar nicht kenne. Egal. Ja, heute mit einem Video, mit meinem ersten Video, in dem ich eine Let's Play Together Minecraft Partner suche. Jetzt kommen die Bedingungen, das ist immer lustig. Ihr solltet so um die 11 Jahre alt sein, ich bin auch 11 Jahre, ihr solltet Skype haben und ein Mikrofon, ihr solltet aufnehmen können. Und ihr solltet einen Server machen können, aber das kann man mir auch überlassen, wenn man es denn nicht kann. Und da bin ich mit dem Mikrofon an mir selber angekommen. Aha. Und ja, sonst bleibt mir nichts zu sagen, außer vielleicht bei einigen, man sieht sich. Ja, Leute, ich habe noch ein paar, zwei Randinformationen zu dem Video. Die erste ist die wichtige. Ich kann wahrscheinlich nur werktags aufnehmen, am Werktagen. Und ich kann nicht an Feiertagen oder am Wochenende. Und ich komme aus Österreich, aber das ist ja so ziemlich egal. Das war's. Man sieht sich. Was soll das? Ja. Ja. Vielen Dank.